Plötzlich getrennt, hier turtelten Leonie und Leon noch. Vor zwei Wochen schien die Welt bei Leonie Weiss und Leon Hedva noch in Ordnung gewesen zu sein. Die zwei reelle DTV-Bekanntheiten lernten sich bei Love Island kennen und lieben, und entschieden sich nach der Show dazu, weiterhin gemeinsam durchs Leben zu gehen. Ihre Liebe war aber nicht für die Ewigkeit bestimmt, die Beauty gab überraschend ihr Liebesaus bekannt. Dabei turtelten Leonie und Leon vor zwei Wochen noch im Urlaub. Ende November teilten die zwei ein Video auf Instagram, auf dem sie auf einem Kreuzfahrtschiff zu sehen sind. In dem Clip lachen die beiden herzlich und schmachten sich verliebt an, von einer Beziehungskrise keine Spur. Ihr seht so glücklich aus. Freut mich sehr für euch, dass ihr jetzt Zeit gemeinsam verbringen könnt, beobachtete auch eine Followerin. Leonie war es, die die Trennung öffentlich gemacht hat. Was genau dazu geführt hatte. Führte sie noch nicht konkret aus, deutete aber an, ein Mensch, der sich nach Zukunftsplänen und Commitment sehnt. Findet seine Sicherheit nicht in einem Menschen, der eine Armlänge Abstand hält. Leon äußerte sich bislang noch nicht. Beobachtete si es ist für euch, wenn wir uns angakinien, ein Mensch mit all